Auf der rechten Seite des Durchgangs sehen Sie etwas, das auf den ersten Blick wie ein Stein aussieht. Doch schauen Sie mal genauer hin. Kaum zu glauben, aber tatsächlich ist es ein Baumstamm. Ein uralter Baumstamm. Sein Alter wird auf 17 bis 18 Millionen Jahre geschätzt. Er sieht so aus wie ein Stein, weil er verkiesselt ist. Bei der Verkieselung von Bäumen wird das Holz versteinert. Dabei tritt Kieselsäure in das Holz ein. Sie füllt die Zellholräume aus. Danach ersetzt sie die Zellwände und kristallisiert aus. Dieses versteinerte Holz nennt man auch Dendrolit. In verschiedenen Ländern der Erde gibt es sogar ganze versteinerte Wälder. Vielleicht entdecken Sie bei Ihrem Rundgang den zweiten Dendrolit im Jorneumsviertel. Gehen Sie nun in den zweiten, kleineren Innenhof. Wenn Sie dort nach oben blicken, sehen Sie einen gläsernen Gang. Durch ihn kann man im Museum eine Runde drehen, ohne umkehren zu müssen. Gehen Sie nun wieder zurück in den ersten Innenhof und weiter den Gang hinunter. An den Wänden befinden sich viele verschiedene Steinplatten. Es sind Gedenksteine und Grabsteine oder Steine, die Wappen zeigen. Sie stammen zum Teil vom Gratadom und dem ehemaligen Egidiusfriedhof daneben. Einen der Wappensteine sehen wir uns genauer an. Gehen Sie dafür den Gang entlang. Biegen Sie im Gang links ab und bleiben Sie vor dem nächsten Tor zur Straße stehen.